Musik Hey, kommen wir zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur ersten Episode von Legendary, der neuen Serie hier auf dem Kanal, bei der wir uns mal um ein paar teure Spieler kümmern, genauso wie ich es euch gewünscht habe, und zwar um die ganzen Legenden, die ich mir leisten kann, weil es im Endeffekt alle unter 900.000 Münzen ungefähr sein werden, und natürlich kümmern wir uns vor allem um die Stürmer, vielleicht die zentralen Mittelfeldspieler, vielleicht die Flügelspieler, aber vor allem um die Stürmer, und da haben wir heute in der ersten Episode gleich mal eine richtige Granate dabei, das kann ich euch schon mal garantieren, ich habe schon ein paar Spiele mit ihm gemacht, habe mich gestern dank ihm für die Weekend League noch qualifiziert, auch wenn ich das eigentlich gar nicht geplant habe, ich wollte einfach ein paar Spiele schon mal machen, um euch auch ein richtig differenziertes Fazit zu diesem Spieler geben zu können, und nicht eben nur ein Spiel zu machen und dann zu sagen, ja ist gut oder schlecht, aber wie gesagt, er hat auf jeden Fall seine Datensberechtigung, und wir gucken uns den gleich genauer an, wenn es euch gefällt, diese ganze Serie, dieses ganze Konzept, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, hier oder da, ich habe keine Ahnung, vielleicht da oder da, ist doch egal, ist eine Infokarte, und zwar, welche Legende würdet ihr gerne in der nächsten Episode sehen, und dementsprechend könnt ihr da jetzt abstimmen und sagen, hey, ich würde gerne den oder den sehen. Wir kommen auch wieder dazu, welche Version ich von dem sage, ich hier nochmal vorher, aber wenn ihr euch selber Legenden kaufen möchtet und Coins braucht dafür, hört euch an, wenn ihr krasse Spieler kaufen wollt, checkt mal die Videobeschreibung aus, IG wollt, 6% Rabatt auf eure Coins, Feverpoints, PSN, Microsoft-Guthaben, und momentan aufgrund der Weihnachtszeit nochmal ein 8% Bonus, lohnt sich also doppelt und dreifach da vorbeizuschauen, ich würde mich tierisch freuen, checkt das aus, ihr unterstützt mich damit, wäre eine super Sache. Social Media Links könnt ihr auch gerne abchecken, aktualisierter Instagram-Link in der Videobeschreibung, der Account ist mittlerweile privat, aber ihr könnt trotzdem dementsprechend natürlich kostenlos folgen, genauso wie ihr kostenlos abonnieren könnt, auf Twitter könnt ihr auch folgen, wenn ihr meine Gedanken zur Weekend League oder zum Fußball am Wochenende mitbekommen wollt, und wir gucken uns an, wer die erste Legende ist. Ich habe jetzt die Serie erklärt, glaube ich, es ist im Endeffekt wie Deal with, mit Legenden, und heute geht es um Pipo in Sagi, und zwar die 87er-Variante, der ehemalige Stürmer des AC Milan, mit dem Hunter Chemistry, sei bisher 5 Spiele gemacht, 3 Tore und 5 Vorlagen, mittelgering Arbeitsraten, 520.000 Münzen, war die günstigste Legende, ihr möchtet jetzt sagen, ja, du hast wieder gespart, ja, war die günstigste Legende auf dem Markt, ist aber nicht die schlechteste Insagi-Variante, denn wenn wir uns mal in Sagi angucken, werden wir sehen, es gibt, wie ihr hier sehen könnt, eine 90er-Variante, es gibt eine 87er-Variante, und es gibt die 85er-Variante, und die 85er-Variante hat deutlich schlechtere Stats, minus 7 Pace, minus 2 Shooty, minus 2 Passen, minus 3 Dribbling und minus 5 Physis, die war aber teurer. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Nichtsdestotrotz, ich finde auf jeden Fall die 87er-Karte deutlich interessanter, und weil die 85er-Karte auch teurer war, was ich gar nicht eingesehen habe, nehmen wir dementsprechend direkt die 87er. Es kann beispielsweise sein, dass wir bei einigen Spielern nicht nur die beste Karte oder die Karte nehmen können, die ich mir leisten kann, sondern beispielsweise auch die 86er- und 87er-Karte. Dazu komme ich gleich mal, bei welchen Spielern das so sein könnte. Ein Beispiel dafür ist halt eben nicht in Sagi, Sagi gibt es auch gar nicht als Prime-Variante, guck mal an, sondern Shevchenko, denn Shevchenko hat eine 88er- und 86er-Karte. Die 86er-Karte hat 88 Tempo, 90 Shooting und 85 Dribbling, während die 88er-Karte schlechtere Card-Stats hat. Ich weiß nicht, ob die Stats auf der In-Game-Stats auch schlechter sind, aber deutlich weniger Pace, ein mehr Shooting, okay, aber ich glaube auch weniger Dribbling. Dementsprechend ist das schon relativ interessant, die beiden Karten da mal vielleicht zu vergleichen, weil sogar die 88er-Karte auch günstiger ist als die 86er-Karte, ja. Sehr interessant auf jeden Fall. Heute geht es aber um in Sagi, wir gucken uns mal seine In-Game-Stats, beziehungsweise Spieler-Details, wo das kennt man, die In-Game-Stats an. 83 Antritt und 80 Sprintgeschwindigkeit, das ist in Ordnung, 84 Beweglichkeit, ist recht schnell unterwegs. Das Schöne bei in Sagi und das, was ich nun mal ausgestellt habe, auch wenn er dauerhaft, er wurde im Upside geboren, aber 91 Stellungsspiel, 90 Abschluss, 86 Schusskraft, 84 Fernschüsse, also schießen kann er, schießen kann er richtig gut, kann man auch nichts gegen sagen. Kopfballpräzision 94, Sprungkraft 91, 1,81 groß, sollte Kopfball stark sein, ich habe keinen einzigen Kopfball mit ihm gemacht, aber gut, Ruhe 81, könnte ein bisschen höher sein, Dribbling, Ballkontrolle ist gut, Dribbling, naja, aber sind an sich solide Stats, gar keine Frage, dazu mittelgieriger Arbeitsradius für den Stürmer auch nicht schlecht, 3-Sterne-Skills, 3-Sterne-Weak-Foot ist Rechtsfuß, sieht an sich grundsätzlich doch gar nicht mal so schlecht aus, würde ich behaupten. Das ist das Team, in dem wir eben spielen, auch mit dem habe ich die Ubikantik-Qualifikation dementsprechend gemacht, Jammolenko vorne und auf der anderen Seite Leroy Sane, der sich bei mir richtig, richtig durchgesetzt hat gerade, also den finde ich momentan richtig nice. Ich suche mal einen Gegner mit diesem Team und dann sehen wir uns gleich wieder und schauen mal, was die Aiken Insaki so machen kann. Also eigentlich hatte ich schon ein richtig gutes Spiel zusammen, aber jetzt spielen wir gegen Hernandez, Gnabry, James, Goretzka, Tolisso, Hector, Vogt, Tah, Fehrmann, Weiser und Vendell. Ich habe nämlich leider Gottes nicht aufgenommen, man hat es gerade eventuell auch gesehen, es ist mittlerweile ein Spiel mehr, Statistiken waren falsch, ja, liegt aber daran, ich habe nicht aufgenommen. Dementsprechend das Ganze jetzt nochmal, nochmal ein Spiel, gerade eben war es sehr, sehr gut, ich werde mich jetzt wahrscheinlich wiederholen, ich weiß nicht mehr, was ich alles gesagt habe, aber auf jeden Fall müssen wir uns konzentrieren darauf, dass wir Insaki einsetzen. Ich muss auch direkt mal sagen, das kann ich ankündigen, Insaki ist für mich kein Goal-Getter, das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, denn Insaki ist bei mir eher, obwohl er die Arbeitsraten hat, Mittel niedrig und auch die Werte hat im Abschluss und in der Kopfballpräzision, im Stellungsspiel und allem Möglichen, ist er für mich so derjenige, der die Räume frei macht für Jamulenko und Sané. Das war im letzten Spiel auch sehr gut zu sehen, er hat sein Tor gemacht am Ende, aber er war eigentlich die ganze Zeit unsichtbar, hat aber eben die Räume frei gemacht und das kann er extrem gut. Mit seiner Aura, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass er eine Icon ist oder ob das mir noch einredet, aber es funktioniert wirklich gut, er macht die Räume frei für Sané, für Jamulenko und dadurch entstehen halt eben die gefährlichen Chancen und die gefährlichen Tore. Er bindet die Verteidiger und das ist sehr, sehr nice, weil ich habe das bisher bei keinem Stürmer so gehabt, ich kann Freistoße dieses Jahr übrigens überhaupt. Kostil ist bei mir übrigens eine Katze, der ist unfassbar in diesem Team, ich habe keine Ahnung warum, ob das die Karte nur ist, die ich einfach habe, weil es ist ja teilweise so, dass die Karten unterschiedlich gut spielen, zumindest ist es bei mir so, auch bei den Torhütern, Ederson hatte ich eine gute Variante und eine, die komplett anders vor Fall hält. Es ist wirklich beeindruckend, aber was auch beeindruckend ist und das werdet ihr wahrscheinlich auch sehen, beziehungsweise nicht sehen, ah, Hernandez, machst du dein Tor? Nee. Er ist, also der Insagi, ist unfassbar unauffällig. Also wie gesagt, wenn man nicht darauf achtet, dass er die Räume macht oder die Räume frei läuft, der taucht eigentlich das ganze Spiel unter, aber das ist das Besondere und deswegen ist der auch so gut, obwohl er nicht jedes Spiel trifft oder jedes Spiel irgendwie der absolute Hattrick-Scorer ist. Er ist da und er macht die Läufe und im richtigen Moment steht er an der richtigen Stelle, genauso wie es einen Stürmer halt machen sollte. Das war jetzt schlecht geflankt, weil ja Molenko leider Gottes nur einen linken hat, aber Insagi hat einen rechten und ja, Molenko hat einen Kopf, wobei der kommt aber nicht mit an den Ball. Er ist wirklich, wirklich gut. Und der Schuss ist auch so, dass ich sage, er hatte jetzt schon einige Gelegenheiten, meistens nur aus der Distanz, weil irgendwie kriege ich den auch nicht wirklich in den 16er rein. Meistens nur aus der Distanz, aber... Oh, 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 oh. Die sind gefährlich, gehen nicht rein, aber auch daraus entstehen Ecken oder andere Gelegenheiten. Und das ist sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig vor allem, zumal ich normalerweise mit der 4-3-2-1-Formation überhaupt nicht klarkomme mit diesem Team. Aber vielleicht dank Insagi, ich weiß es nicht, vielleicht wegen seiner Arbeitsraten, vielleicht wegen seiner Stellungsspiele, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall komme ich mit diesem Team schon sehr gut klar. Kopfbälle habe ich im Intro gesagt, beziehungsweise als ich die Karte oder das Team gezeigt habe, hat er bei mir noch nicht gemacht. Im letzten Spiel, naja, jetzt steht er natürlich blöd im Weg, im letzten Spiel hat er einen Kopfball gemacht, nach einer Ecke, sogar einen sehr gefährlichen. Da habe ich aber auch das erste Mal realisiert, dass er auch Kopfbälle kann. Also auch das stimmt auf jeden Fall. Er ist ein sehr ambivalenter Stürmer, der alles so wirklich kann. Ja, er kann einen 16er, er kann einen Longshot. Das Tor war seiner letzten nicht für euch sehbaren, sichtbaren Episode gemacht hat, war ein Longshot-Finessi aus 25 Metern oder sowas. Also der ist wirklich sehr, sehr gut in allen möglichen Belangen. Und das denkt man vielleicht gar nicht, weil er eine der niedrigst bewerteten Stürmerkarten ist, beziehungsweise Icons ist. Aber man sollte den definitiv nicht unterschätzen. Sehr stark von Inzaki, aber dann der Abschluss, da stand er natürlich in einer ungünstigen Position, weil die Annahme nicht perfekt war. Aber trotzdem eine sehr schöne Situation grundsätzlich von unserer Stürmer-Icon. Mal sehen, ob wir den jetzt gleich wieder einsetzen können. Ja, auf dem richten Flügel natürlich optimal, aber Kimmich, 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 Kimmich. Grund, warum Inzaki nicht so der Mega-Goalgetter ist. Ich schieße mit dem Team nicht viele Tore, aber ich stehe defensiv, auch wenn das jetzt gerade gegeneinander ein bisschen anders aussieht, sehr, sehr stark mit diesem Team. Und Kimmich und Azamor sind wirklich zwei bombastische Außenverteidiger, weil sie halt verteidigen können. Die sind offensiv nicht so da, wie beispielsweise Alba und Canseo in meinem anderen Ibra-Team, Ibra-Cadabra-Team. Aber gerade Kimmich ist defensiv so eine Maschine, hat so ein geniales Stellungspieler. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Team-of-the-Group-Sage-Karte von dem der beste Rechtsverteidiger im Spiel ist. Das ist ein sehr bitteres Gegentor und ich weiß nicht, wer das war und ich weiß nicht, wie das Ding reinfliegen kann. Tolisso war es, glaube ich. Es war in meinen Augen vorher, ne, Gnabri. Es war in meinen Augen vorher ein Foul halt. Der liegt ja, mein Spiel liegt ja nicht umsonst am Boden. Aber, und das ist das große Problem in FIFA 18, Fouls abseits vom Ball werden nicht gefiffen. Das ist voll der Schwachsinn. Schönes Tor trotzdem, keine Frage. Da ist Insagi, da ist der Kopf. Weil auch wenn er da natürlich keinen Gegenspieler hatte und den noch durchaus reinmachen kann, mit 94 Kopferpräzision sollte man das eigentlich erwarten können. Aber zumindest mal seine erste Abschlussaktion hier. Ne, die zweite. Hatte ja schon einen Torschuss gerade. Aus einer ungünstigen Situation. Vielleicht jetzt der Longshot. Schöner Schuss. Aber ihr seht, die sind halt gefährlich. Gehen entweder zur Ecke oder halt, es kommt noch eine Flanke raus. Aber sie sind halt nicht in drin. Das ist ein bisschen schade. Aber das mag auch an mir liegen und meinen Abschlussfähigkeiten. Da kommt er jetzt nicht an den Kopfball. Aber Leeroy kommt dran. Wenn ihr übrigens selber schon mal mit Insagi gespielt habt, dann schreibt mir gerne mal eure Meinung zu der Karte in die Kommentare. Ich bin gespannt auf euer Feedback dazu. Wie gesagt, vielleicht... Also mir kommt er sehr gut vor. Wenn er es gerade ein dummer Beifahrt ist, war das liegt ja auch an mir. Ich habe absolut nichts, worüber ich mich bei ihm beschweren könnte. Forster Skills wären schön. Und wie gesagt, ich schieße halt nicht so unfassbar viele Tore mit ihm. Aber das schieße ich allgemein momentan nicht. Vielleicht habt ihr ganz andere Erfahrungen gemacht. Ballert ihr auf jeden Fall mal in die Comments. Die Planke war so schön von Jamo Lenko. Aber leider, leider, leider. Nicht perfekt auf Insagi getimt. Ach, der passt. Wir kriegen ihn gerade leider in diesem Spiel auch nicht eingesetzt. Das ist so ein Gegentor, das so typisch für mich ist dieses Jahr. Das ist einfach nur Pech. Einmal, dass ich, glaube ich, Thiago Silva davor in den Tunnel lässt. Das nehme ich noch mit rein. Und dann das Kostil, der so gut hält, in der Situation nicht zum Ball geht. Ja, das ist so ein typisches Spiel, wo ich leider Gottes erstens Insagi nicht eingesetzt bekomme. Was sehr, sehr bitter ist eigentlich, weil um den geht es hier, ja. Und zweitens halt einfach kein Glück habe. Und das führt dazu, dass es schwer ist, hier irgendwas zu reißen. Er steht auch defensiv wie eine Wand. Das ist unglaublich. Keine Chance, da mal irgendwie durchzukommen. Jetzt Thiago. Wir machen noch ein Spiel. Mich nervt das gerade, weil ich keinen Zugriff bekomme. Das war so ein unhütiges Gegentor schon wieder. Meine Spieler stehen da dumm rum und... Ja, wir machen noch ein Spiel. Das Team sieht weniger gefährlich aus, aber das darf man nicht unterschätzen, weil es ist ein Iñaki ohne Chemie. Naja, und er hat das Lederhosen-Trick und das ist für mich nie gut. Es ist halt vor allem so ärgerlich, weil das erste Spiel, was ich gemacht habe, was halt dementsprechend dann nicht aufgenommen wurde, so gut lief. Es war ein wunderschönes Spiel, viele Szenen von Insagi, ein wunderschönes Tor von Insagi, alles was man haben möchte. Und hier schießt er zumindest schon mal aufs Tor. Es ist so schade, dass Jamolenko nur einen linken Fuß hat. Ich habe dementsprechend halt immer nur die Möglichkeit, solche Bälle Richtung Tor zu schlagen. Mit Sané kann ich zumindest mal mit rechts versuchen zu flanken. Jamolenko hat es halt nur zwei Stellen wie gut. Das geht dann nicht. Es ist ein Iñaki, ich habe es gesagt, ich habe es angekündigt. Und es passiert. Buuut! Ja, das ist doch mal ein Statement von Insagi. So kannst du natürlich mal ein Türchen machen, würde ich sagen. Sehr, sehr schönes Ding. Unter die Latte, ins Kreuzeck und vom Kreuzeck ins Tor hat er gezeigt, was er kann. Wie gesagt, normalerweise, Insagi ist ein Strafraumstummer. Insagi war immer ein Strafraumstummer während seiner Karriere. Ich kriege ihn aber gerade halt einfach nicht in diesen Strafraum rein. Und dementsprechend muss man auch aus der Distanz abziehen. Und wenn dann sowas bei rumkommt, ist das natürlich auch sehr schön. Hat auch viel zu viel Platz, gar keine Frage. Trifft aber weg, ne? Ja, warum macht er da keinen Fallrückzieher? Ja, teilweise diese Engine, diese Engine, weißt du, Gnabry macht gerade so ein Seitfallgedödel aus einer komischen Situation und macht da noch rein. Und Insagi will einfach gar keinen Fallrückzieher. Da hätte ich gehen können. Ich hatte Platz. Warum mache ich das nicht? Insagi wird von Thiago auf die Reise geschickt. Insagi ist mal im 16er in Sagi. Insagi und er hat halt 90 Abschluss. Er hat sie halt und er macht dann auch das Tor. Er macht den Doppelpack das erste Mal, dass Insagi bei mir in einem Spiel zweimal trifft. Und das hier. Wunderbar, oder? War der Pass von Insagi? Ich weiß es nicht, aber Jamo Lenko macht das 3 zu 1. Ich glaube, der Pass war von Insagi. Sehr, sehr schön auch wieder. Und übrigens diese Streifen hier. Da kann ich nichts für. Das ist das Licht. War fancy, oder? Gott. Plötzlich wird alles plötzlich. Trieb auch Goretzka mit links aus der Distanz. Normal. Bei diesen Lederhosen-Trikots muss ich an einen ganz bestimmten Spieler denken. Beziehungsweise einen Spieler, bei dem es auch interessant wäre, wenn er eine Icon hätte. Und den man sehr gut mit Insagi vergleichen kann. Denn Gerd Müller beispielsweise ist genauso ein Spielertyp, wie es Insagi in Realität... Ah, okay. Vielleicht war Insagi noch ein bisschen anders. Aber Insagi ist diese klassische 9. Es gibt wenige Spieler, die vergleichbar sind oder die so perfekt auf dieses Schema der klassischen 9. Nicht die moderne... Nicht die modernen Stürmer. Nee, nee, nee. Nicht die spielstarken. Einfach die Torjäger. Einfach diejenigen, die genau da wussten, wo sie zu stehen haben und alles irgendwie konnten. Kopfball passen, dribbeln, schießen vor allem. Das ist perfekt beschrieben, was Insagi ist. Insagi ist nicht der schnellste, aber Insagi weiß, wo er stehen muss. Hat gute Stellungsspiel. Stand auch auf dem Abseiten seiner Karriere, wie ich bereits angemerkt habe. Aber nichtsdestotrotz sowas hier. Der steht da, der macht das Tor, das ist dem vollkommen egal. Der schießt einfach und der trifft und der macht einen Hattrick. Das ist geil. Das macht Spaß. Auch wenn das vielleicht nicht modern ist und wenn das nicht mit jedem Spielstil und jeder Formation über allem passt. Aber für das Team ist Insagi wirklich richtig gut. Da bekriegt Thiago und jetzt quittet er. Ich wollte mit Thiago gar nicht grätschen. Das war gar nicht geplant. Ich wollte mit einem anderen Spieler grätschen. Aber okay. Insagi 10,0. Das Ding ist, ich würde den normalerweise benchmarken. Es wird auch Benchmark geben in dieser Legendary-Serie. Das Problem ist jetzt nur, wir haben noch keinen Vergleich. Das heißt, wir können erst auf der nächsten Episode benchmarken. Grundsätzlich ist Insagi ein super Stürmer. Wer weiß, vielleicht ist der nächste viel, viel besser, viel, viel schlechter. Da brauchen wir halt eben den Raum und dann kann ich Insagi einordnen mit einem Rating. Weil ich halt einfach keinen Vergleich habe, was den Stürmer bei den Icons angeht. Nichtsdestotrotz, ich habe alles erzählt, denke ich mal. Ein geiler Stürmer, guter Arbeitsrat, ein guter Schuss, gutes Dribbling. Alles, was man braucht. Die Skills fehlen ein bisschen. Aber ansonsten wirklich Picobello kann man absolut nichts gegen sagen. Das war es von dieser ersten Episode von Legendary mit ein bisschen Fails. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr alle einen Daumen nach oben da habt, checkt die Links in der Beschreibung gerade zu IG Vault. 8% Bonus, sollte man sie nicht entgehen lassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt aber darauf, bis dann. Macht's gut, haut rein.